lol wie jonas ich bin in die scharren rollen creator code jonas hey leute im heutigen video werde ich 50 zuschauermaps spielen und bewerten dabei starten wir rein mit den schlechtesten noten also erste note 6 dann unter 5 4 bis eben hin zur note 1 zu den allerbesten maps eben extra für euch sortiert dass wir die krassesten maps am ende haben am anfang so ein paar fails ich würde sagen auf geht's euch viel spaß und ich bin gespannt was für krasse oder schlechte maps auf geht's die map ist aber völlig leer geil perfekt kann ich eigentlich ziemlich diese killen das scheine eine völlig leere map zu sein oh je nein unsichtbar hier ich habe nicht in hier aktiviert ich bin ja völlig lost ich habe den nein der nächste auf mich ich bin schneller ich bin schneller oh mein gott oder ist aber sonst hauen platziert die komplette map ist lehrer noch der zaun der war echt nötig auf jeden fall versuch jetzt hier ja gut ich bin halt als ob wir die erste runde zu gewinnen können sogar wie geil jawohl da muss es team die da nicht aber ist nur lost sehr gut nein das hat er gerochen das was auch dumm von mir darauf zu gehen egal die map muss aber ehrlicherweise sagen die map ist komplett ja kommen wir sind heute streng die map 6 wir haben einen fang ist ziemlich offen oder kann sagt dass ich jetzt aus der distanz eingreifen kann nein jetzt haben wir noch ein jawohl hast aber wir konnten sie mir fast gar nicht anschauen wie sieht sie aus ich gebe meine fünf da war jonas noch drauf geschrieben ich will sich zu streng sind aber es ist jonas noch pluspunkt aber es hat relativ wenig drauf auf der map ich bin heute sehr streng deswegen oh lol okay das ist ist ein fang das ist eine bibi ne ähm oh lol okay ja ich glaube es passt nice der ist übel reingelaufen in unsere falle jawohl und zack wie kommen wir denn in die mitte muss ich natürlich einen teleporter nehmen der map sieht sehr interessant aus okay aber wir müssen das jump hat nehmen wir müssen das jump hat nehmen macht irgendwie sinn oh nö gut für uns tschüss gar keine chance nein wir sind stark ich hasse es ich mag sowas gar nicht hauptsächlich muss ich ewig in der mitte warten dankeschön naja komm besser ist es ich schenken den wind besser als das jetzt zwei minuten in der mitte warten müssen für den poison also das ist auf jeden fall sorry das muss echt abzugeben die map ist eigentlich cool aber das hat mich jetzt genervt ich bin heute streng ich gebe eine fünf lol okay das ist interessant aus ich glaube als mortis haben wir da eher schlechte chancen äh der kommt das ganz offens abgesehen kacken der trifft uns auch noch ah ja kill den code besser ist es auch mann die maps ganz in ordnung aus aber geht aufwendiger ich gebe der map meine drei und in der mitte sind kisten und wir spawnen außen aber das ding ist wir sind sowieso in poko also können ich bin was sagen ich sind irgendwas reinlaufen ja gut das ist halt ja die map gibt ne 3 gibt ein 3 doch lol das sind überall stacheln kacke wir müssen erstmal für den stacheln runter schnell 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 der arme dynamik der weiß gar nicht wo er hin soll der komplett pech gehabt da muss eigentlich die map doch gesehen haben oder perfekt ok die map lol was was ist das denn irgendwas nachgebaut oder soll es irgendwas darstellen ich gebe eine 3 deswegen da sind überall so totenköpfe in der mitte und da ist einfach so richtig viel wasser ok sieht ein bisschen random aus bisher ja den holen wir uns den holen wir uns oh war knapp war knapp war knapp und wir haben einfach wir können beide springen und wir können einfach beide in die mitte das ist übel entspannt wir in die mitte auf jeden fall müssen wir erstmal safe nämlich ok die haben die wände hier ist auch offen ok da ist einfach so ein ring und über diesen ring können wir uns hier nach vorne arbeiten das ist irgendwie schon cool gemacht oder die können aber trotzdem reinschießen das ist halt kacke ich habe ein problem ich hole mir den jetzt kommt es ist wichtiges risiko leute wichtig man kann den inneren ring trotzdem angreifen scheinbar na es bin sich noch der soziale hast du holen dir hast du kacke das sind teammates ach das sind teammates nach unten erst mal nee 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 du hast verkackt ja schade ne ist umgelaufen lol ist lost oder nicht lost ne er ist lost let's go alter wir holen immer den win wir haben so viel glück wo sind die anderen hey geile map ich fand die ganz cool ich gebe der map nur 2 ich fand die kreativ das ist echt die clash royale map das ist echt wie clash royale aufgebaut was oh mein gott er ist übel wie es gedocht alter das gesehen aber es war übel cool es war einfach eine clash royale map wir sehen sie gerade noch mal ok ich bin ehrlich ich gebe auf jeden fall mit 2 dafür das ist echt cool aus ok was ist das für eine map aha hier ist auf allem niemand er muss einfach alles anbrennen und ich oh mein gott oh mein gott oh mein gott das ist so an oh ich habe hier zwei cubes wir sind hier zwei cubes einfach und sind die uns gegenseitig umgebracht schon perfekt er ist aber sowas von tod haa so verdient nein was hat der andere gemacht ach jonge egal die map war eigentlich ganz witzig aber zu kammern gegeben der map meine zwei würde ich sagen oder oh nein so ein kreis ist das wobei hier kann ich zumindest ein spike sehen hallo ok das ist uns mega getriggert wenn ich so richtig neben ihm stehe und die ult holen möchte hey da waren kisten in der mitte wo soll ich das wissen wissen das sind wir die ich bin ich bin ich habe eine 2 würde ich sagen ja komm es ist auch und wenn auch beide auf mich gehen jonas ich würde es gerne 6 geben weil es witzig finde aber nicht das will ich die note einmal haben aber ich bin nicht so streng ich bin 40 ich hier bin zwei das lebensraub wie cool ich mag lebensraub vor allem das leben klauen können und nicht verlieren ist halt geil ich will jetzt die cubes kriegen bitte 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 und ich habe mal ein saussmart nein da ist ein edgar aus dem licht erschienen oder das sind das sind bau das ist ein bau kacke 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 ich habe die ulti sitzen sollen lol die map sieht echt cool aus ich gebe in zwei ok ich habe nicht lange spielen können ich hätte es gar nicht richtig bewerten können deswegen wir sind eigentlich ganz gut gegen edgar oder die map ist irgendwie witzig irgendwie oder ist da oben ist oh ich bin wieder gedacht schlitzko ach da oben ist auch noch was da oben ist ja noch viel mehr platz gewesen ach so lol cool mit zwei ok lol seht euch das an alter das ist echt cool gemacht das sind so ganz ganz viele kleine mini inseln was das überall die ganzen apps das ist die kennt man auch was diese merken kann oh mein gott wie cool oder das war richtig gut mit den ganzen mini inseln können wir nach unten weiterlaufen ja aber haben zu riskant ist der job oh mein gott ok jetzt haben wir das problem leider ja ich kann nichts machen nach da war die inseln jetzt im weg aber über coole natürlich das noch mal an das gibt nur 1 aber eine dicke 1 wie gut ist das denn bitte 16 maps in 1 von der search auch zum beispiel wieder hier das war es aber auch so los kommen den müssen wir auslachen ich liebe diesen film ok ich bin lust gut dass ich die fähigkeit habe wie weg von einem kaktus die map ist eigentlich ziemlich cool die ist fast wie eine normale man muss es sagen muss ja gefällt dir irgendwie oh voller hit nein wir treffen nicht mehr und doch nice gut gemacht eine viel schaden über das bike machen was das war geil die map gibt ganz ehrlich eine 1 die hat mir wirklich sehr viel spaß macht zu spielen und ich finde das ist was ganz anderes gewesen einfach oh wir haben inseln ich liebe inseln aber wir sind aber mag es ist überhaupt nicht gut für inseln ja ja oh mein gott er hat gepennt nein kann ich mich irgendwie treffen kommt bitte gönn mir die ult gönn mir die ult ja danke dir gönn die ult danke dir ok easy ok das war das war nicht schlau oh nein gut dass wir noch die mag an sich haben erreicht ich glaube was hier ist keiner mehr doch ich gebe ganz ehrlich ich gebe echt eine 1 dafür ich liebe inseln apps ich überlege ich bleibe ziemlich oh nein oh nein oh nein oh nein geh weg von mir oh mein gott hat mich in ruhe gelassen oh lol das ist so eine map ich liebe diese art von maps das ist so eine map wir müssen uns ganz schnell beeilen oh mein gott wir müssen rennen das mit speed ich hab's gar nicht gecheckt ich bin jetzt viel zu spät dran oh mein gott hat mich übel gemisst alter ist es greift mir auch noch der dynamite an was ist das denn jetzt Larissa bis jetzt nicht auch noch angreifen danke ja Larissa da können wir nicht mal eine dynamite ehre jetzt hat er noch einen energy drink bekommen der dynamite als ob das nicht erreichen würde ah das ist auch noch dann Leon ich muss da jetzt aber lang nein nein ich hätte früher laufen müssen aber wirklich ich liebe diese art von maps es gibt auf jeden fall eine 1 würde ich sagen oh der arme ah ich arme ich bin tot oder oh ne bitte bitte die map sieht eigentlich ganz cool aus aber wie ganz ich meine station übel verkackt ich bin eigentlich gut LOL wiii was das gibt nur 1 ems du gehst du tristan hallo jetzt wird das erste eingeschlafen aber dass überall wände das nicht sogar und habe ich das bin haha jungs schatten helfen hier Mystery Dungeon sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Ich gebe eine 2. Ich gebe eine 1 dafür. Ich finde sie echt cool. Lol, wir haben Glück gehabt. Wir haben echt überall Büsche. Geil. Es ist Lebensraub, um Gottes Willen. Stopp mal, wenn wir das Gadget drücken, müssen wir doch saufes Leben dazukriegen, oder? Oder bin ich lost? Hä, wie ist das denn der Plusleben? Wir heilen im Busch? Oh mein Gott. Wir sind mega broken jetzt. Das ist übergut. Alter, das ist ja mega smart. Ah, der sieht mich, ne? Der sieht mich safe im Zweck. Ah. Nein, was? Wir hatten doch die Boxerin. Ja, komm, ich gebe eine 1. Ich liebe La. Soviel zur heutigen Folge. Ich hoffe, euch haben die besten und schlechtesten Maps gefallen. Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ich sowas öfters machen soll. Vielleicht haben wir eine Folge, in der wir 100 Zuschauermaps spielen. Mit irgendeiner Regel. Haut rein, schaut auch gerne im Abstand vorbei. Dann müsst ihr den Let's Play-Kanal mit einer weiteren Folge verlinkt sein. Fortnite, Minecraft oder mein E-Spotsteam Oka Gaming. Schaut euch gerne vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.